So musst du da oben auch weg. Da einer hin. Und so. Können wir die wieder hinstellen? Jo. Ich hab nur was geguckt gehabt. Entschuldigung. Gehst du? Achso, du musst ja erstmal bauen. Macht hier schon wieder nur Holz den Eck. Nö, den hatten wir noch vergessen. Oh mein Gott. Scheiße, wenn man alt wird. Weißt du, wenn man jung ist? Ach, gar nicht. Hm, muss ja auch nicht die Hölle durchleben wie ich. Hm. Ach, ist das dunkel. Warte, 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 warte. Ich bin im Falschen. Jetzt. Wir müssen die Hölle durchgehen. Ich bin im Falschen. Ich bin im Falschen. Ich finde das so nervig manchmal, dieses Spiel nicht so macht, wie ich es will. Alles leicht, man muss sich nur anstellen. Und zwar richtig, nicht so wie ich. Ich sehe da gerade eine. Ach, warte mal. Unsymmetrie. Richtig. Halt! Hä? 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 Wie viele Kisten sind denn hier oben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ach, man, warum ist der Charakter so lahmarschig? Und hier unten müssen dann acht sein. Er ist aber trotzdem nicht hin. Ich verstehe den Sinn nicht. Irgendwie ist ein Denkfehler drin, würde ich sagen. Ein kleiner. Aber du hast doch hier nur einen weiter gebaut. Das ist doch hier zu sehen. An der Tür. Ganz eindeutig. So, und das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, ihm hat das Gelenk. Toll, dass der manchmal so zwei Rutsch machen muss. Das ist so nervig. Oh, teilspiel. Zwanzig. Zwanzig. Ich fühlte mich an dauernd. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hä? Hä? Es ist auf der Seite zu viel. Wo du gerade angebaut hast, ne? Warte mal. Und wenn ich jetzt die Truhen... Hier oben sind neun Truhen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wenn wir jetzt genau neun Truhen hinsetzen... Und dann mal gucken, ob wir dann die Wand... Diese Wand hier anpassen können. Diese hier hinten, wo die Tür drin ist. Und jetzt steht drin, rechts... Rechte Seite, zwei Blöcke zu viel. Ach so, hallo. Oder nur einer. Rechte Seite, zwei Blöcke zu viel. Wir haben da einen hinzugefügt. Das hat ja auch so nicht gestimmt. Warte mal, machen wir einfach... Wir bauen einfach hier die scheiß Truhen hin... Und dann werden wir mehr sehen. Ja, du hast die meisten jetzt. Ich hab noch vier. Das ist natürlich... Glaube ich jedenfalls. Warte mal, ich schreibe mal um. Ne, hier hab ich Treppen. Ach, da hab ich auch noch vier. Oder hab ich die da doppelt drin? Geht das überhaupt? Warte mal, ich guck mal, was hab ich denn hier gemacht? Was ist der wohl? Mein Witz ist das. Wie viel drin haben wir denn noch? Ich hab noch vier. Oder war einfach nur falsch gedacht? Ich kann das gar nicht erkennen. Die Schrift ist so dunkel. Hallo. Ja. Ja. Jetzt ist hier ein Block zu viel. Hier am Ende. Es sind tatsächlich, glaube ich, hier zwei zu viel. Komm, man da hat durch. Manfred kriegt eigentlich zu viel. Geh runter. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Aber ich probier erst mal einen nur wegzunehmen. Vielleicht liege ich... Guck ich auch wieder falsch. So, jetzt hab ich keinen Niki mehr. Also, hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier und acht. Jetzt muss der... Die Stufe dahinter weg. Oder was das da ist. Und dann muss seine Schre... Nee. Ja. Die zweite passt mir besser. Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. So sieht gut aus. So ist das hier nämlich auch. Toll, hätten wir einfach nur einen weniger machen müssen. Boah, ja, nicht so schlimm. Doch, das kostet Zeit. Ach. Zeit ist Geld. Meine Stromrechner wird hoch. Ja. Die geht bei mir beim Rendern hoch. Aber wie? 100 Watt. Da gibt's noch Schlimmeres. Dann lass uns da. So, dann gucken. So, jetzt kannst du die Truhen setzen. Jetzt haut das hin. Ja, jetzt haben wir's gescheckt. Dank Hilfe. Gott sei Dank. So wollten wir das, ne? Wie viele Etagen wollen wir denn hier machen? Boah, wenigstens erstmal noch eine. Und das kann man ja dann noch erweitern. Okay, alle, um denen sind drei. Und das ist alles voller Truhen? Ja. Ich hätte das nie vollkriegen. Oh Gott, wir brauchen Holz. Ich hab genug Holz. Achso. Na, ich mach mal noch ein paar Truhen, ne? Joa, die können wir brauchen. Sumpfkisten. Wie viele haben wir denn da? Unten haben wir 17. 34 brauchen wir denn. Wenn wir das genauso bauen. Bauen wir das genauso? Dann brauchen wir 34 Sumpfkisten. Hast du noch Sumpfkisten? Nee. Gut. Wenn du was brauchst dafür, sag Bescheid. Ich hab noch. Nö, noch kann ich bauen. Plopp, 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 plopp. Bin mal gespannt, ob das diesmal wieder synchron ist. Das letzte Mal war es ja... Absolut. Das hat mich ja total verwundert. Aber meine Festplatte ist auch ziemlich leer gewesen. Die zum Rendern. Mip. Vielleicht lag's da ran. Achso, ich war eben zu weit vom Mikrowerk. Entschuldigung. Ist das jetzt nicht höher? Na, das werden wir ja sehen nachher. Ich hab 10 gerechnet und dann müsst ihr hier genau noch... Ja, sonst kannst du ja nur die... Das lässt sich ja leicht anpassen. Ah, 8. Hä? Ich hab doch 10... Ich hab doch 10 gelesen. Nicht mehr so doof. Ey, das ist ja toll. Die hat schon wieder meine Fankerl abgebaut. Wenn sie mich stört. Ja, 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 ja. Die mich stört nicht alles. Immer. Das ist mal auch 10. Hä? Mendo. 7, 7, 8, 9. Passt doch. Haben wir keine Angst. Alles unsymmetrisch. Äh, alles unsymmetrisch. Äh. Oh. Äh, da wollen wir mitstehen. Nee, nee. Ich geh zur anderen Insel. Ich will sterben. Ist das sogar freiwillig? Oh. Kann man ein bisschen Eckchen machen. Ah. Hallo, Kackvogel. Ah ja. Greifst du mich an? Du willst... Du ignorierst mich? Oh. Der ging daneben. Oh. Scheiße. Granbaby. Ha ha ha. Hast du das gesehen? Ha 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 ha. Ach so. Wenn du magst, könntest du vielleicht schon unsere Sachen herbringen. So über den Erfindertisch und so ein Kram. Ja, geht das, wenn ich jetzt zu meinem Schiff... Tele... Was hab ich denn hier? Du hast doch bei... Bei Altheim doch eine Flacke gesetzt. Dann kannst du doch bei einem Teleporter da hindüsen. Ich hab bei Altheim eine Flacke gesetzt. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich geh mal zu meinem Schiff. Ich kann ja dann wieder zu dir zurückkommen, ne? Oder soll ich zu deinem Schiff? Nee, zu deinem. Mach, was du möchtest. Mach einfach, was du möchtest. Tschüss. Wir werden das ja sehen. So. Äh. Manfred, zu Hause gibt es Brause. Wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Was mache ich denn mit Fakkeln aus? Ach so. Ich wollte Drogen basteln. Hä? Ach, das heißt mein Schiff, zu Hause gibt es Brause? Das passt. Budget. Das ist mein Schiff. Outpost. The Ark. Nee, hab ich nicht. Hab ich das nicht gemacht. Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Musst du über mein Schiff gehen. Warum, wenn ich... Ach so, jetzt hab ich zu dir runtergebeamt. Zum Schiff? Irgendwann. Oh, hier geht die Mucke ab. Ach, du kannst ja schon mal die alten Sachen nach hierher bringen. Runterbeamen. Helfe ich dir gleich. So, aktuell... Ich find hier... Wie soll ich das finden mit Altheim? Bei dir? Das geht doch einfach auf mein Schiff und beam nicht runter. Naja, da hab ich zur Auswahl runterbeamen. Aktuell umkreisende Welt. Das ist diese jetzt hier, wo wir sind. Und bauen. Stimmt's? Ah, dann geh halt nicht dahin. Dann hab ich nämlich so ne Marke nicht gesetzt, ne? Kann das sein? Nein, eigentlich hast du da ne Marke gesetzt, so wie ich's gehört hab. Weiß ja, was ich immer so erzähl und tue und mach. Omega heißt der Planet. Ich hab doch aber... Das hab ich dir auch nicht erzählt. Ich hab doch ne Fahne gesetzt, natürlich. Omega Crest, hier kann ich ja auch ein Zuhause, sollte ich das nur nennen, ne? Ja, später werden alle Küsten voll. Ja, das kriegen wir hin. Ach, scheiße. Ich hab die Flagge da entfernt. Ach, hast du die von zu Hause mitgenommen? Ja, ich hab... Aber ich wusste nicht, dass er das löscht. Das Baba Blade und mir nicht so. Ach so, das ist ja nicht so schlimm. Denn wir wissen jetzt, woran's liegt. So. Boah, jetzt muss ich Treibstoff kaufen. Scheiße. Dann komm ich zu dir. Ne? Hab ich denn noch ein paar Pixel? Reicht das noch für Treibstoff? 563. Bist du schon beim Teleshop? Ja, ja. Gut, dann haben wir ja... Das ist ja jetzt unser. Glaub ich, ne? Ich glaub ich mach das jetzt richtig, ausnahmsweise mal. Ja. Die Schiffspinde nutzen wir später. Für andere Sachen. Ach, der Manfred ist in der Nähe, der hat Hunger. Ich piep immer. Hab eigentlich auch den ganzen Tag Hunger. Schiffspinde bauen. Verbrauchen weniger Platz. Da passt ziemlich viel rein. Ja. Können wir auch machen. Ich wollte, ne? Wo war'n das jetzt hier? Der Treibstoff. Das war natürlich nicht schlau von mir. 112. Ach komm, da gibt's noch Schokolade. Warte mal, ich mach 200. Die Dok... Ein Professor-Quest könnten wir auch noch machen. Ja, ich hab' jetzt aber Treibstoff gekauft, ne? Ja, dafür brauchen wir noch eine Silberbahn und später Goldbahn. Das haben wir alles. Die müssen wir... Haben wir bei uns zu Hause, bei dem alten zu Hause. Genau. Können wir sogar noch was Interessantes machen. Was ist das hier? Schiff-Upgrade. Ach so. Geht ja nicht. Gut, dass ich mein Schiff, das Home nicht gelöscht habe. Das wär echt dumm gewesen sonst. Das wär' ein bisschen dumm. Ja, aber ich frag mich, warum das hier weggeht und nicht da, wo ich im Blade fand. Ich hab' doch mit... Äh, ach so, das war so teuer. Ach, na, muss egal. Besser als gar nix. Äh. Ich hab' mich vertan beim Einkaufen. So, ich mach' jetzt aber mal die Musik aus. Irgendwo nervt sie mich jetzt langsam. Nein, das ist ja an. Nein! Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Hilfe, Katze. Katze. Hä? Was machen wir? Wie war denn das mit denen hinfliegen? Hä? Äh. Äh, ich kapiere das jetzt nicht. Hä? Unsere Koordinaten. Ach. Ach, jetzt auf einmal geht's. Oh, du Dieb! Hast du noch einen jetzt gemacht? Du hast den Ball geklaut. Katze hat sogar meiaut. Oh, ist das laut. Da müssen wir noch mal die Flacke noch mal bauen, ne? Vorsichtshalber. Ich baue da noch mal. Hm, was geht dir denn schneller mit dem Beam? Hihihihihi. Ach, geh doch mal weg hier. Oh, du meinst, den wollte ich jetzt nicht aufwägen. Ich weiß. Hey! Ist aber dein Ball, ne? Ja, ich packe wieder rein. Alles gut. Keiner fühlt sich ein bisschen dumm. Nein, ich muss ja hier. Tschüss Katze! Jo, hier ist noch ein bisschen, ne? Jo. Das ist nur das erste Feld, das andere ist ja auch mal so. Ach, das bin ich jetzt. Ja, das ist auch ganz gut. Ich habe auch wieder ein bisschen Essenmangel. Ich kann mir ja gleich wieder was machen, ne? So, was brauche ich denn für eine Flacke? So. Ein Kopfer und Gewebe. So, konzentrieren. Hätt ich gerne 20. So. Ach, die wären wir auch noch hier. So. Und dann geh ich mal hoch. Bitte. Hier hat wieder wäre eine... Ah, ich will doch gar nicht duschen, ich will stinken. Nicht wieder wäre eine Aufgabe für uns. Ich nehme keine mal an. Die Dame da unten. Achso, ich wollte ja hier hin. Gekochte Tomaten. Zwei nur. Perlerbsen. Vier. Gekochtes Geflügel. So, dann gucken wir mal nach, wie das bei mir aussieht mit dem Essen. Ach, ich habe wieder Kaffeebogen geerntet. All time 1.0. So. Gut, ich habe meinen Punkt unten gesetzt. Sehr schön. So, was können wir dann schon mal mitnehmen. Die Technik ist nämlich später mit. So viel Kram. Traubensaft. Oh, mag ich. Ich denke mal, jetzt müsste ich wieder gut gefüllt sein. Ich habe sechs Tassen Kaffee. Bin Kaffeeholiker. Ich nehme mal schon mal unsere Wertsachen hier mit. Ja. Ach, da hast du Müll. Hier ist noch was zum Verkaufen. Die Kameras kann ich, könnte ich, ah, das kann, das kann erst mal hier bleiben. Wir können ja hier jederzeit wieder hin. Aber ich habe hier Öllampen. Brauchen wir die? Soll ich die mitnehmen? Ich nehme mit, was du möchtest. Naja, muss ja irgendwo Sinn machen, den Kram mitzunehmen. Macht alles Sinn. Ja, jetzt schon. Jetzt sind wir ja erst mal nur beim Lagerhaus bei. Aber wenn ich hier jederzeit zurückkehren kann, ist das doch nicht weiter schlimm. Baut auch das Haus noch. Du kannst aber gerne in die Miethäuser bauen. Unsere Freunde. Was? Ich habe noch Schokolade, sehe ich gerade. Da hat sich gerade einer weggebeamt. Da ist Kaffee. Habe ich noch Kaffee? Nö, habe ich alles verbaut. Gut. Oh. Aua. Na, hat weh getut. Okay. Ich habe dabei versagt. Abi zu Ebi. Hausrenovierung. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier rumschalten. Da. Dann kann ich ja gar nicht meine Hühnchen mitnehmen. Machen wir neue? Die kosten. Ach, wat. Die sind nicht so billig. Ach, wat. Ach, da hast du die Fahne gesetzt. Gut. Und wenn ich jetzt rausgehe. Jetzt geht das wieder los. Warte. Kommt mir so vor, ist die Star-Move-Musik-Tipp-Laut. Wie war denn das mit der Gitarre? Ich vergesse das immer. Ach, da. Welche hast du genommen? Äh, Christmas. Okay. Bandname müssen wir die da eingeben. Alles andere als Synchron. Oh, ein Freund. Guck mal, ob ich mit diesen Wellen die Tiere einfangen kann. Konk und Tobi konnten das ja. Ich steige noch nicht hinter, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Hä? Geht nicht. Ja, geht vielleicht bei diesen Tieren nicht. Aua. Ein bisschen Spaß muss sein. Aua. Oh, hab ich Kokosnuss hier. Du hast einen anderen Nuss. Kokosnuss. Kann man vielleicht Nahrung herstellen damit. Gut. Ach so, das geht nur so. Kann ich das jetzt hier wie ein Minecraft machen? Wehe. Oh. Ist durchgefallen, das Wasser. Wollen wir den Krempel hier schon mitnehmen? Ich komm mal hoch. Die Einrichtungsgegenstände? Hm, ich wollte sie ja unbedingt behalten. Hallo? Server? So, ich bin voll. Ich nicht. Gut. Ich bin beim Einpacken. So, die Kiste ist leer. So, die Kiste ist leer. Was? Und ne Wunderlampe. Auch sein schön duschen. Na du, du stinkst immer so. Ich weiß. Ich mag das ja. Ich nicht. Aber ich nie. Warum? Schöner Margit-Geruch. Wollen wir mal gucken, wo der Manfred ist. Wollen wir mal gucken? Da ist er. Oh. Hier geht's ab. Und das Haus steht noch nicht mehr. Ne. Da wird jetzt alles nass. So, in welcher Truhe soll ich jetzt anfangen, Einrichtungsgegenstände einzuräumen? Also hier hinten können wir Einrichtungsgegenstände machen. Also immer hier oben anfangen und in einer Reihe durchziehen. Gut. Fangen wir mit der Truhe da hinten an. Was räumen wir da rein? Was ist das? Ein Wundenkabinett. Ne Tonne. Da mach ich erstmal alles rein, was beleuchtet. In irgendeiner Form. Würde ich vorschlagen. Oh, das sind ja meine Fackeln. Die behalte ich. Was ich denn so habe an Beleuchtung. Was ist denn das? Eine goldene Lampe, Dekoration. Lampe ist Lampe, ne? Lampe ist Lampe. So. Und dann haben wir hier Türen. Das ist was anderes. Das ist ein Cup. In den nächsten mache ich dann zum Beispiel erstmal Sitzgelegenheiten, wenn ich denn welche habe. Da habe ich eine. Das ist eine Bank. Eine Bank ist ja auch eine Sitzgelegenheit. Stuhl. Couch. Barhocker. Alter Fernseher. Was ist das? Ein Zaun. Aha. Geil, was ich hier alles so habe. Hier ist noch eine Turbine. Ach, hier ist noch ein Flutlicht. Oh. Ach, das ist die nächste Truhe. Ich kriege schon Schreck. So. Da kommt das Flutlicht hin. Was haben wir denn da? Fernsehmonitore, Dekoration. Ah. So. Und hier kommt dann alles rein, was Tisch ist, würde ich sagen. Tisch. Mit Kisten können wir auch eine extra Truhe machen, ne? Ein Bücherschrank. Hm. Ist kein Tisch, ne? Wir waren das. Nein, 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 nein. Fernsehmonitore. Dekoration. Supportbeam. Aha. Ach so. Gothic. Fence. Ah, da. Hier, dort. Batterien habe ich noch dabei. Aha. Guck mal, hier haben wir das drin. Hier kommt Tische rein. Dann kommt da neben Schränke rein. So. Da habe ich nämlich schon mal einen. Oder, und Regale. Schränke, wo bist du? Schränke. Da. Nein. Ja. So. Und dann mache ich eine Kiste. Da kommen dann Kisten rein. Ich habe hier nämlich Kisten. Ganz spezielle Kisten. Schöne Kisten. Große Kisten. Kleine Kisten. So. Und in der nächsten Kiste kommt dann Dekoration rein. Nein. 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 Dekoration. Lautsprecher? Steht da auch Dekoration? Da steht immer alle Dekoration. Ich bin doof. Was mache ich denn da rein? Eine Schatzkarte. Wallpipe. Das ist ja alles kompliziert. Was soll ich denn noch machen? Das ist ja Wandfessel. Oh, geil. Nichts, was? Da fessel ich dich dann ein. Hier ist noch eine Eisenlaterne. Scheiße, die muss hier rein. Das schaffst du nie. Ich weiß, aber ich kann ja trauen. Das kannst du mir nicht nehmen. Doch. Nein, meine Schöne. Lautsprecher. Hier kommt ein Elektronikkram, Technikkram rein. So. Das ist Dekoration. Das ist... Also hier so ein Dings da und eine Tür. Was ist denn das? Eine Metallkiste? Wir haben doch hier eine Kistenkiste. Wo ist denn die Kistenkiste? Das ist nicht... Da ist die Kistenkiste. Da kommt die Metallkiste rein. So. Lagerfeuer macht auch Licht. Dann bin ich jetzt erstmal los. So. Dann wollen wir mal was gucken. Dann wollen wir mal gucken, ob ich auch nach Hause komme. Zum Schiff. Machen wir erstmal so. Mal gucken, was passiert. Dann werden wir mal schauen. So. Ich baue mir jetzt erstmal was an. Warum melke ich mir sowas nicht? Ich mache doch eine Dusche. Eine Dusche. Kann ich die hier hinbauen? Nein. Ach, da war das so? Da kann ich sie nicht hinbauen. Das ist schlecht. Da muss ich sie hier hinbauen. So. Eine Dusche. Ich bin ein reinlicher Affe. Und ne. Die kann ich dir hier irgendwie... Nein. Nein, kann ich sie hier bauen. Dann baue ich sie in der Mitte. Das hat auch nicht jeder. Das hat auch nicht jeder. Ja. Hässlich. So. Nee. Zu Hause. Ich kann nicht zu unserem anderen hin. Aber zu dem kann ich hin. Weil ich das jetzt nicht markiert habe. Also ich muss ja gucken. Wo soll ich denn jetzt was? Hoi. Nee. Zum Schiff. Boah, es lässt mich alleine. Ja. Ich muss ja gucken. Pucken kostet extra. Ich bin zuhause. Hups. 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 Ich bin ein kleiner Hüpfer. Fertig. Na, wo war ich? Bock ein Klo. Ach, was. Kannst du auch gerne mitbringen. Ja, hast du recht. Wir haben gar keine Kackhäuser, ne? Äh. So. So, das Lager ist gleich fertig. Dann kann ich mit dem richtigen Haus anfangen. Na, hier ist ja auch noch. Was ist das? Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Solange, wie ich Platz drinne habe. Oh nein, das nehme ich nicht mit. Das auch nicht. Das auch nicht. Das kann auch noch hierbleiben. Den ganzen Möbelkram haben wir denn erstmal da. Das ist ja auch am wichtigsten. Scheiße. Da habe ich kein... Kriege ich nur ein Klo mit? Aua. 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 Ein Klo? Das wird eng zu zweit. Können ja nacheinander gehen. Du brauchst ja immer eine Stunde. Ja. Oh Gott. Tschüss. Da bekomme ich ja nie die Chance, auf den Klo zu kommen. Ich... 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 Halt es zu Hause. Jetzt habe ich es hier drinne. Aha. Ey! Was denn? Wie tust du mit mir? Ich war etwas verwirrt. So, wir haben hier... Erstmal das Wichtigste. Ähm... Da. Ih? Ähm... Ähm... Nee. So. Kann es kacken gehen! Jetzt muss ich auch nicht mehr. Ähm... Leute mit den Ansprüchen. So, Dekoration. Da kommt die... Das ist der Bücherschrank, ne? Scheiße. Haben wir denn hier noch einen Schrank? Ein Behälter ist das. Das ist auch ein Behälter. Das kann da hin. Nein. Eine Uhr haben wir sogar. Die haben so schöne Sachen. Die haben wir nie aufgestellt, wirklich, ne? Ja. Das bist du. Ich muss aber erst mal gucken. Lebenserhaltungskapsel. Big E-Bichtquelle. Hm. Ich weiß noch nicht, wo ich das hin tue. Hm. Ich glaube, wir brauchen Kisten. Kisten, Kisten. Nein. Nein. Was ist das? Ein Bananenplakat. Nein. Nein. Was ist das? Ein Schubkahn. Na, den kann ich draußen hinstellen. Das kann da hin. Rafe Technikrahmen hatten wir was. Kisten hatten wir auch. Nein. Nein. Hm. Ja. Königliche Truhe. Wo bist du? Ich hab dich doch eben gesehen. Scheiße. Das klappt nicht. Was denn? Du hast wieder was Böses vor. Nö. Ich wollte elegant die Tür aufmachen und wieder zumachen. Ach so. Das ist genau das Gegenteil. Es war unelegant. Workshop Tools. Bin ja auch nicht Bibi. Die hat ein Screenshot gepostet von ihrem neuen iPhone und sich beschwert, dass sie da einen Pixelfehler drauf hat. Nur das Blöde ist, wenn ich ein Screenshot mache von einem Handy, Hintergrundbild, dann sehe ich da sowas nicht. Das ist der Bibi doch egal. Ja, nun vermuten dahinter ein geniales Marketingdingen von ihr. Ich wollte da Vodafone-Stand. Das ist Vodafone-Wertung. Ich fürchte, es ist viel einfacher. Ach, Vodafone ist immer so schlecht. Nein, was Bibi betrifft, ist viel einfacher. Mülleimer ist ja auch so eine Art. Das ist ein... Was ist ein Counter? Was ist das? Bibi ist doch reich genug. Soll sich doch Neues kaufen. Ja, ärgerlich ist sowas auf jeden Fall. Da gibt es ja gar nichts zu diskutieren. Ich meine, die Dinger kosten ja nur auch einen Haufen Kohle. Natürlich. Das kleinste kostet 1000 noch Watt Euro. Und da kann man eigentlich erwarten, dass sowas nicht ist, egal von welchem Hersteller. Hat man da nicht eh Garantie? Ja, deswegen. Aber es gibt ja die Begründung, dass so und so viele Pixelfehler erlaubt sind. Okay. Weil man kann ja nie einen Display-Pixelfehler frei hundertprozentig herstellen. Ich hatte übrigens auch was komisch ist. Ich habe ja so ein iPad. Und da hatte ich neulich, hatte ich bis vor kurzem auch einen Pixelfehler. Aber was war ein? Der hat mich richtig geärgert. Der war mit einmal weg. Ich weiß nicht warum. Der war weg. Das ist Lichtquelle. Lichtquelle kommt hier hin. Wer fährt denn die auch mit Absicht reingemacht? Naja, der Pixelfehler ist eigentlich ein Zeichen, dass da am Display was nicht in Ordnung ist. Kann man ja auch reinprogrammieren. Wenn die Leute denken, die brauchen ein neues Telefon. So gemein. Meinst du? Ich trau dir für mal alles zu. Ja, das wird bestimmt schon passiert sein. Na, dann mache ich jetzt hier einfach ne Kiste. Da ist schon was drin. Ich mache hier auf der Seite nur Einrichtungskram, ne? Dann mache ich hier die ganzen Banner und den ganzen Scheiß mache ich denn. Dass das überall mal irgendwo drin ist. So. Achso, ja. Danke. Hast du noch was? Ah. Noch mehr. Gib mir mehr. Oh. Da oben sind ja schon so. Ich habe auch noch Sumpfkisten. Die kann ich dir doch geben. Die brauchst du doch denn, ne? Ja, zwei brauche ich noch. Ja. Wenn du fertig bist. Du hast ihm aber auch alles geklaut. Die arme Sau. Und dann hast du ihn getötet, ne? So. Du wolltest ein paar Sumpfkisten, ne? Kannst du mal aufhören? Kurz? Jetzt bin ich leer. Da hast du ein paar Sumpfkisten. Jetzt bist du wieder. Da brauchen wir noch eine vierte Etage. Ja. Dann war los, ne? Was haben wir denn hier? Einen Fernseher. Da haben wir auch eine Kiste für. Wo der ganze Scheiß ist. Ach, hier kann die Mülltonne rein. Hast du noch Truden mitgenommen? Nein? Hast du... Holzkiste? Ja. Ein Schelf. Was ist ein Schelf? Ein Schelf, der... Naja, ist egal. Ach, Lampe. Eine ornanierende Antenne. Äh, Lampe. Nee. Laterne. Was? Ja, das steht hier. Ornate Lantern. Das ist eine ornanierende Laterne. Nicht? Ist das nicht so? Du machst mal langsam Angst. Ich sag doch, ich war heute allein unter Frauen. Das kommt dabei raus. Solange du nicht über Nägel und Nagellack sprichst, ist das vollkommen in Ordnung. Nagellack? Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Nagellack. Siehst du, da kann ich den Scheiß reinmachen. Das ist eine gute Idee von dir eben gewesen. Mir das zu geben. Ach, das ist ein Ventil. Ach so. Das sind so eine Banner-Kram. Scheiß Dreck. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Ach, da kann der Fernseher endlich rein. Wo ist denn der? Wo ist der Fernseher? Da ist er. Weg. Ich habe es geschafft. Der Fernseher ist weg. Ich brauche noch zwei Türen. Was ist das? Noch mehr Licht. Was ist das? Ein primitiver Herd. Na, der passt dann. Das Feuer nehme ich da auch raus. Da kommen Lampen rein. So. Banner. Banner, Banner. Ich habe erst dann, eine Reihe haben wir dann so ein bisschen bestückt. Ja, wir können die erste Etage, äh, die Unteretage gerne für sowas nutzen. So. Was ist denn das alles hier noch? Dann ist das hier die, die Hausartikelabteilung. Hier kommen dann die Küchengaräte rein. So. Was habe ich denn nicht? Ich habe noch so viel Scheiß im Inventar. Duschenregale. Oh, Duschen? Ja, Gefängnis duschen. Rostige Duschen. Sechs Stück. Oh, vom Gefängnis. Das ist ja. Wundervoll. Baust du ein überdachtes Klo? Das ist so viel Luxus. Hier, eine schöne Tür haben wir hier. Die brauchen wir fürs Haus. Dann machen wir hier Bauelemente und sowas. Mache ich, nee, die mache ich eine Etage tiefer. Ne? Damit das wieder ein bisschen, wir fangen denn hier an. Dann kann ich nämlich endlich meine Tür. Die Tür ist weg. Ich hatte doch aber irgendwo Dekoratia. Das sind Truhen. Na, dann machen wir das da rein. Denn irgendwo muss das ja auch bleiben. Was ist das? So normale Dekoratia hier. Das sind so da, da und da. Und was ist das? Bauernhofwerkzeuge. Das kann da auch rein. Dann mache ich da auch die Duschen erstmal rein. Die Statue mache ich da rein. So. Dann mache ich die da auch rein. Dekare kommt draußen hin. Die sieht nämlich schick aus. Wie groß sollen denn die Zimmer von unserem richtigen Haus sein? Na ja. Mach mal. Oh. Mein Klo ist weg. Wo soll ich jetzt kacken? Hast du das Zweiklo nicht mitgenommen? Nein. Ich hatte keinen Platz mehr. Ja. Das ist schon schön. Ich lasse dir da freie Hand. Mach. Endlich. Was meinst du, waren die Räume in Altheim zu klein oder zu groß? Also ich hätte gerne so einen zentralen Treppenaufgang nicht mehr mit diesen ollen Treppen irgendwie, dass wir das in der Mitte machen und dann links und rechts Räume. Was hältst du davon? Was ist das für ein zentral, hä? Also, dass wir in der Mitte hochgehen und links und rechts davon immer die Räume sind. Und dass in der Mitte dann ein bisschen breiter, dass wir so nebeneinander hochgehen können, wenn problemlos. Einfach hochgehen? Wenn das geht. Ich kann das nicht realisieren, was du meinst. Hier steht der Bahnhof. So. Entschuldigung, mir brennen total die Augen. Also das Ding, wo hier die Fackeln sind, das einfach doppelt so breit in der Mitte, dass man da dann hochgehen kann und dann immer... Oh Gott, bau los die da. Ich seh das nicht gut. Nee, das kriegst du schon hier. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß ja nicht mal, wo die Mitte ist hier. Ah, eins. Lass mal manfred in Ruhe. Manfred. Das ist mal was Spanisch, was du da redest. Also hier so in der Mitte denn so, dass man hier so hochhüpfen kann nach oben in die anderen Etagen. Hier, hier, hier. Hüpfen, 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 hüpfen. Da meinst du, dass es nicht hier an den Seiten ist? Mach doch gleich Treppe mit dich. Treppe mit dich. Ich komm nicht mehr durch hier. Du hast die Tür zugebaut und... Ich bin hier gefangen. Ich komm durch. Hä? Bin ich doof? Ach, du hast es mit dem Rumpf gemacht. Aha, du bist ja schlau. Kann man nicht auf dem Klo stehen? Hör zu! Ich fackel aus der Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich werde mich mal weiter entleeren. Na, hier, inventartechnisch natürlich. Wo lasse ich denn das alles? Das ist so viel. So viel. Ach so, hier. Ja, dann mache ich das da hin. Und das ist ein Zaun. Das machen wir hier hinten hin. Hier fangen wir dann mit. Die Bauelemente wollten wir ja hier hin machen. Na, na, dann mache ich das erstmal da hin. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das lassen soll. So. Können wir auch dann noch umsortieren. Das Fasskander auch mit rein. Der Automat, den mache ich bei den Schränken mit rein. Ne? Ey, 500. Wir werden 500 brauchen. 500! Müsstens mindestens 2000 Bauchholzer geben. So, jetzt ist erstmal mein Inventar leer. Sogar 2500. Ganz nütz. Ja. Weißt du was? Was denn? Guckst du mal zu mir. Weißt du was? Ich lege doch die ganze Zeit. Ja, guck mir. Leck mich mal. Na, kann ich doch nicht. Das schmeckt noch nicht mal. Bei uns regnet es wieder. Es regnet. Die Erde wird nass. Warte mal. Ich hole noch ein bisschen Kram, den wir da hatten. Dann ist die obere Etage schon mal leer. Wollten wir nicht eigentlich die Professor-Quest machen? Ne, brauchen wir nicht mehr anfangen. Wir haben jetzt eine Stunde 48. Die machen wir aber beim nächsten Mal. Das dauert doch keine 10 Minuten. Müssen wir ihm dann nur was geben oder? Geben, dann seine Testregion machen und dann abdüsen. Ja, dann lass uns das noch machen. Weil ich bin ein bisschen müde. Ja, ich wurde eh gerade wieder zu Dead by Daylight angeschrieben. Ja, ne. Da, warte. Dann komm ich zu dir am besten, ne? Ah, kann ich nicht. Äh, lass uns im Outpost treffen. Im Outpost? Outpost. Ich muss erstmal den wichtigen Kram hier wegpacken. Outpost. Wirklich du. Kannst tausendmal rumhüppen mit deinem Ausrufezeichen auf dem Kopf. Oh. Gut, dass wir so viel Silber mal gesammelt haben. Hast du das alles dabei? Ich packe das gerade in eine Truhe, wo es eigentlich nicht reingehört. Aber ich will mich jetzt mal notfalls entlegen. Ja, mach das. Ja. Haben wir Batman spielt? Äh, Thorsten? Nein. Wer denn? Nick. Ja, der hat das schon länger. Oder spielt das schon. Hat das schon. Also ich, also ich bin den fast den ganzen Tag online und hab das noch nicht einmal gesehen. Ne, ihr habt das schon gesehen. Glaub ich. Ne, ich nicht, ich nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Du kannst auch was verwechseln. Doch, das ist, das ist schlimm. Dafür haben wir Moverdei. Erstmal, dein Anteil. Zehn Silberbar. Genau. Genau, und jetzt kommt bis da oben ein Fragezeichen. Ja, meine Frau ist da. Ja, ich auch. Dann können wir dein Ding sogar noch abgarten. Und jetzt auch annehmen. Äh, mein Ding abgarten. Äh, mein Ding abgarten. Das bist du. Hast du angenommen? Ja. Der nochmal anklicken. Und LJ? Und den Hinderlustparcours zu... Genau, der ist einfach. Redding. Oh, genau. Und in dem Moment wurde mein Essen schlecht. Ernsthaft? Ahaha. Ich höre dich immer noch fressen. Oh, ich bin hier so allein. Zeitsprung-Technologie. Wir nehmen mal den. Jetzt können wir das machen. Nein, nein. Also, erst hoch und dann hopp. Ein bisschen gleiten lassen. Ach so. Ah, alles klar. Äh, warte. Genau. So, und hier. Scheiße. Ich bin reingefallen. Und nun? Jetzt kannst du da wieder hochhüpfen. Ach, da. Oh. Hat er natürlich gleich gemacht. Und wo müssen wir jetzt hin? Warte. Warte. Runter oder da hinten hin? Oder runter? Warte, ich zeig's ja. Oh, da. Oh, da. Scheiße. Ach so. Den Sprung habe ich immer gehasst. Oh, den kannte ich jetzt noch nicht. Oh. Und jetzt kriegen wir das von ihm beschehen. Tschüss. Wir sehen uns. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Doktor. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ich brauch meine Tablette. Oh, jetzt hab ich gar nichts bekommen. Ich auch nicht. Und die nächste Quest gibt einen Manipulator. Annehmen. Ah, Manipulator. Und. Und. Und jetzt? Aha. Woher bin ich? Jetzt geht mein Gehuste wieder los. Oh, das nervt mich. Das hat mich heute schon den ganzen Tag genervt. Warte mal. Ich muss mich. Wie geht das? Mit F. Und später kann man mit den Kechtkarten den Ball so upgraden, dass du zum Beispiel auch auf Wände, ähm, ja, hochlaufen kannst oder an die Decke hängst. Das ist ja, das ist ja wie bei Wolfenstein. Da kriegst du ja auch so ein Gurt. Dann wirst du, kannst du durch Gänge sliden. Oh. Oh, gleich geschafft. Ich mach so mit. Kommt der Ankur. Nicht denn. Beamen. Ach so. Tschüss. Wir sehen uns. Vielleicht. Vielleicht auch nie wieder. Ja. Ich werde jetzt alle erschießen und sagen, Manfred war's. 300 Pixel. Ich kaufe gleich Treibstoff. Ne? Schau mal. An diesem Ding kann man eine Tech-Konsole kaufen. Verbessere deinen Techs und rüste an dieser Station aus. Ja, 5.000. Ich hab 1.399. Ah, das Problem ist, verschwindet beim Abbauen. Oh. Ja, das ist doof. Das können wir dann nachher machen, wenn wir uns wirklich entschieden haben zu irgendwas, ne? Genau. Ich guck nochmal kurz hier, ob es immer nur noch ein... Ja, auch noch ist ein Kupferbohrer. Cool. Eisenspitzhacke. Kupferbohrer. 1500. Ja, ich hab nicht genug Kohle. Meine coolen Server bringen 36 Pixel. Die behalte ich. Und was ist das? Das behalte ich. Dann sieht man wieder, dass Server nicht viel wert sind. Und überteuert sind. Ja. Boing. Mir hat auf seinen Kopf gelandet. Ich kugel mich. Die Kugel. Weißt du was? Wir sollten uns Betten mitnehmen und zu unserem neuen Planeten reisen. Was meinst du? Betten mitnehmen? Ja, damit wir da auch schlafen können schon mal. Ach, du meinst wieder zum Altheim. Ja. Gut. Ich kenne meinen Ball nach oben. Achso. Das geht auch? Äh, T-T. Komm ich denn auch als Ball an? Mäh. Scheiße. Das ist ja Luxus. Hi, Manfred. So war das aber nicht gemeint. So war das. Naja, warte, 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 warte. Können wir kurz mir was zu essen holen. Der Teddy kommt auch mit. Komm, Teddy. Die Lampen kommen mit. Ist deine Truhe leer? Ja. Ist meine Truhe voll? Ja. Ja. Die Fledermis auf, auf die Nerven? Ja. Ich muss wieder was essen. Hey. Oh, ich hab noch mehr Bananen. Nehmen wir noch was Kleines. Oh. Ist auch in dem Moment, wo ich's gegessen hab, ist es schlecht geworden. Geil, ne? Irgendwie schon. Aber ich bin voll gefressen. Ich erhol mich gleich wieder. So, dann kann ich nämlich die beiden Truhen mitnehmen. Und die olle Lampe da oben. Oh, hier ist ein Loch. Das hast du aber gut versteckt, das Loch. Muss ich mal ehrlich sagen. Was für ein Loch? Das ist ein Loch in der Wand. Da war eine Truhe vor. So. 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 Nö, nö, nö. Ich weiß nicht, warum ich das so umständlich mach. Ich weiß es nicht. Äh. Äh. Manfred. Ich will zu Manfred. Ihr bist ja noch hier. Ich hab doch gesagt, ich muss mir Essen holen. Ach so. Ich dachte, du wärst schon bei dem neuen Zuhause. Komme ich da eigentlich auch alleine hin? Hab ich mir das jetzt schon... Ich hab das aber doch markiert. Das ist mir jetzt abgehend. Das wird doch funktionieren. Das ist meine Autos. Das probiere ich jetzt so lange aus, bis ich das getapft habe. Aber ich hab's doch gesehen. Altes Zuhause. Ne, ich sehe nur Altes Zuhause. Outposts. The Ark und Manfred. Dann hast du es noch nicht markiert. Warum haben sie das nicht? Ich hab doch aber geschrieben zuhause. Ach, du beamst gerade. Den beam ich jetzt auf. Oh, bei Dead by Dead is we're in Sale. Wir haben ihn gerade eingeblendet. Oh, ich bin zuhause. Ich hab doch hier der Fahne. Ich hab nicht... Kann das sein, dass ich nicht akzeptieren gedrückt hab? Ja. Du wieder. Lässt du mich auflaufen? Lässt er mich? Er muss so sein, vielleicht stehen. Möbel? Du da. Was? Gut, ich darf an deinen Füßen. Ja, dann musst du anders... Ach so. Und, wie riecht es? Nach Käse? Irgendwie nach Gauda. Oh, geil. Gut, ich sag dir mal... Tschüss. Und, was sagst du? Ich will noch weiter spielen. Ich mach mir jetzt Brot. Äh, Mais. Maisbrot? Maisbrot ist auch gut. Nur schnell essen und dann können wir auch sofort abdüsen. Ja, das räumen wir nachher noch alles ordentlich weg. Das ist ja nur, dass wir es schon mal hier haben. Das bauen wir alles noch um, ne? Das ist auch Banane im Backteig. Hier, wo die Fahne ist, da kommt nachher die... Nö, du... Mach, ich hab aber Essen ziemlich voll. Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Oh. Warte, Junge, ich geb dir mal einen Kaffee. Ich kann aus Kokosnuss... Ich hab 28 Kokosnuss, natürlich Palm und da kann man Kokosnüsch draus machen. So, ich hab dir mal zwei Kaffee gegeben, ne? Ich hab hier auch noch so ein... ...wat gesunde, das geb ich dir auch mal. Hier. Oh, geil. Warte, ich hab noch einen. Dann hab ich noch zwei. Drei hab ich noch. Ich hab reichlich davon gemacht. Hab's gleich verschlungen. Ja, ich bin voll. Also, Energie ist alles voll bei mir. Mach dir mal nochmal Reis. Das ist nicht Feuer? Da brauchen wir das normale Feuer, ne? Da haben wir was im Lager. Einen Kochofen. Soll ich den holen? Den hab ich nämlich einsortiert. Ich weiß auch, wo ich den einsortiert hab. Stimmt, unsere Schmelze fehlt. Ich dachte, ich hätte den da einsortiert, ne? Hast du die hier rausgenommen, zufällig? Nein. Ich glaub die nicht. Die Schmelze fehlt. Hier in der Sumpfkiste hatte ich... ...hatte ich... ...hatte ich... ...hatte ich... ...nu ist das weg. Hier oben hatte ich... ...ein Ofenlagerfeuer einsortiert. Ach so, das Lagerfeuer ist hier unten. Äh, hab ich ihn nicht. Nein, nein. Nein, das war eine Tute. Ja. Aber wo ist unser Schmelzofen? Nein, ja, ja. Äh, 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 den hast du doch mitgenommen. Nein, hier ist keiner. Atomarer Schmelzofen. Ach so. Ist das das, dieser kleine Pups? Ja. Oh, das sieht halt so gut aus. Naja, das sieht jetzt kleiner aus, weil das einfach viel mehr Platz hier ist, ne? Richtig? Bleib mal ruhig bei mir stehen. Ich glaub, ich bin gleich voll mit Essen. Hm. Jetzt noch Reis. Hm. Komm, mach mich Reis. Ich nehm dein Reis. Oh, warte. Warte, ich hab noch einen Zit mit. Den will ich gar nicht haben. Den packe ich erstmal notgedrungen hier rein. Ja, das machen wir denn. Wenn du Langeweile hast, kannst du ja auch offline hier schon ein bisschen umsortieren, wenn du möchtest. Oder weiterbauen. Hab ich kein Problem mit. Weiterbauen würde ganz gut klingen. Ja, wir müssen das ja nicht sklavenhaft alles während der Aufnahme machen, ne? Oder des Streams. Gut. Kokosnussreis kann ich herstellen. Oh, geil. Gute Nacht. Gute Nacht. Warte, warte, warte. Wo kann ich das herstellen? Ah, gut. Gut, ich komm ja schon. Ich hab dir was ins Bettchen gemacht. Äh, hier ist die Kräger selber drin. Gut. Tschüss. Tschüss.